Mehr Gerechtigkeit für Menschen und Tiere, weniger Umweltverschmutzung. In Münster läuft gerade die erste Demo des Bündnisses Wir haben es satt. Sie sagen, die Klimakrise ist kein Schicksal. Mehr als ein Dutzend Vereine und Orgas haben zu dem Protest aufgerufen. Ihre Kernforderung, eine bessere Landwirtschaft. Konkret geht es unter anderem darum, die Tierhaltung ökologisch umzubauen, mit fairen Bedingungen auch für die Erzeuger. Sie fordern aber auch, den Fleischkonsum insgesamt zu reduzieren und umweltgerecht produzierte Lebensmittel zu fördern. Das war die Botschaft auf der ersten Kundgebung auf dem Weg durch das Zentrum von Münster.